Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass die Goten ein germanischer Stamm in Rom einfiel und Rom nicht nur plünderte, sondern auch zu großen Teilen zerstörte und niederbrannte. Unter manchen Historikern wird die Plünderung Roms durch den germanen Stamm der Goten als endgültiger Anfang vom Ende des römischen Reiches bezeichnet. Doch wovon weniger oft die Rede ist, ist warum die Goten auf Rom zumarschierten und die Plünderung Roms überhaupt stattfand. Denn überraschenderweise waren die Goten in den Jahren davor nach einigen anfänglichen Kämpfen Vertragspartner und Verbündete von Rom gewesen. Sie hatten für Rom gegen andere germanische Stämme gekämpft, die gegen Rom rebellierten. Weswegen kam es also dazu, dass die Goten sich später nicht nur gegen die Römer wandten, sondern auch noch gleich komplett in Rom eindrangen und Rom brutal plünderten. Naja, das lag im Grunde daran, wie Rom gotische Flüchtlinge behandelt hat. Dazu müssen wir jetzt mal kurz ausholen. Die Goten wurden nämlich gegen Ende des 4. Jahrhunderts von ihrer Heimat verdrängt, weil aus dem Osten die Hunden auftauchten und in die Lebensgebiete von den Goten eindrangen. Dort taten sie halt, was alle guten Invasoren tun. Sie mordeten, sie brandschatzten und viele Frauen und Männer wurden in die Sklaverei verschleppt. Das Übliche eben. Da war es aber nur logisch, dass die gotischen Stämme sich eben dachten, Fratello, lass mal in den Westen abhauen, die Kerle auf ihren Pferden sind viel zu gefährlich und wirklich viel können wir nicht gegen sie tun. Aber ey, alles cool, wir haben gegen so viele andere Germanen gekämpft für Rom, dass unsere Homeboys in Rom sicher uns Land geben werden, das wir dann besiedeln können. Also reisten viele gotische Stämme nach Westen und kamen beim Fluss Donau an, der natürlichen Grenze des Römischen Reiches zu der Zeit. Die Goten flehten die Römer an, über den Fluss gelassen zu werden. Gehen wir jetzt zuerst einmal durch, welche Optionen die Römer gehabt hätten. Ne, haut ab, wir wollen euch nicht. Und die Goten einfach nicht über den Fluss lassen. Bei dieser Option könnten die Goten gewaltsam versuchen, den Fluss zu überkehren, aber überall waren Festungen Roms und die Goten hätten sehr schweres Spiel. Option Nummer 2 Oh, mein Amicus Meus, klar man, kommt rüber, hier habt ihr Land und Platz zum Leben, damit ihr euch und eure Leute ernähren könnt. Ihr habt so viel für uns getan, das ist ja wohl das Mindeste, eine Frage der Ehre. Diese Option hätte die Goten ins eigene Land gelassen und ihnen genug gegeben, damit sie ein friedliches Leben innerhalb der Grenzen von Rom leben können. Sehr wahrscheinlich hätte das ihre Loyalität weiter gestärkt, weil sie gesehen hätten, in unserer schwersten Stunde haben die Römer unseren Rücken. Was wählte also Rom? Option Nummer 3 Ein weirdes Mischmasch aus beiden Optionen. Die ließen die Goten rein, besteuerten sie aber so hardcore und gleichzeitig gaben sie ihnen so unfruchtbares Land, dass die Goten kaum davon leben konnten. Und als wäre das nicht genug, wurden sie von den meisten römischen Leuten, die zuständig für sie waren, wie Dreck behandelt. Und jetzt war es soweit. Jetzt hatte man halt eine riesen Armee an Goten mit ihren Familien, die nicht in ihre Heimat zurück konnten aufgrund der Hundeninvasion. Ihre Familien, die gerade noch so irgendwie dem Hungertod entkamen, vollkommen in die Armut getrieben, während sie einfach wie Müll behandelt werden, nachdem sie jahrelang für Rom gekämpft haben. Und gleichzeitig hat man sie halt schon ins eigene Land gelassen. Und es kam, wie es kommen musste. Ein Aufstand der Goten begann. Und wichtig ist dabei, vergesst nicht, das war kein Aufstand von Gegnern außerhalb, wie es Rom gewohnt war. Denn trotz des schlechten Bodens waren sie halt innerhalb von Rom. Die ganzen Festungen, die die Grenzen von Rom sicherten, naja, hielten die Goten nicht auf. Weil sie halt eben schon im Land drinnen waren. Entsprechend war dieser Aufstand absolut verheerend. Es geschah eine ganze Menge während dieses Aufstandes. Aber der Aufstand gipfelte in der Erstürmung Roms. Angeführt von dem Gotenführer Allerich im Jahr 410. Somit war die Pünderung Roms zu großen Teilen Rom selbst verschuldet. Nicht, weil man es zwangsläufig sagen muss, ah, sie hätten den Goten helfen müssen. Aber wenigstens sich für eine Sache entscheiden. Entweder gleich sagen, nee, ihr bleibt draußen. Oder aber sie reinlassen und ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Doch so wie es kam, naja, kam es halt auch zum Aufstand. Zu einem Aufstand wohlgemerkt, der nach Ansicht nicht weniger Historiker das Ende des Römischen Reiches, wie sie in der Form bestand, einläutete.